Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts und wir befinden uns jetzt im Wunderland und wir müssen hier jetzt auf Informationssuche gehen und müssen Alice befreien, denn sie wird zu Unrecht beschuldigt, irgendwas geklaut zu haben, oder wo wird sie überhaupt beschuldigt? Kein Plan, auf jeden Fall soll sie irgendwas getan haben, hat sie aber nicht. Und wir wollen mal versuchen ihren Arsch zu retten. Und dafür müssen wir vier Beweise sammeln. Die dicke Katze hat uns gesagt, dass vier davon einfach wären. Guck mal hier, das holen wir uns gleich. Alter, wir fahren mal von allen Seiten. Öffnen. Beweist Fußspur. Ja, Mann. Erstes Beweiststück. Dann hier. Armino Triotech. Zelt und Etta. Können demnächst auch mal ein bisschen zaubern. Dafür haben wir es ja schließlich gelernt. Wunderzimmer. Ach so, das ist dieses hier. Na gut, hier haben wir aber das nächste Beweistück, glaube ich. Beweistgeruch. Beweistgeruch. Ja. Das können wir noch nicht. So. Der will uns, nehme ich mal an, immer noch nicht reinlassen. Schläft immer noch. Ja. Dann gehen wir nochmal wieder hier hin. Können wir uns kurz auffüllen. Ach so, warte mal. Ich glaube. Wir haben eine neue Kombo gelernt. Und? Ich glaube, aber ich habe eine Idee. Nö. War das denn bei denen? Ich glaube, irgendwie sowas war der Trick bei denen. Nein. Hm. Hätte er krampfen können. Na, sehen wir. Nächstes Beweistück. Stachel. Und ein Beweistück soll schwerer sein. Dann nehme ich mal nicht an, dass das auch hier sein wird. Weil sonst wäre es ja nicht schwer. Wir müssen mehr sehen können. Ja. Geschafft. Oh, wir haben Welpen gefunden. Nein. So. Nein, da kommt man doch so rüber, oder nicht? Nein Scheiße, da kommt man, glaube ich, so nicht rüber Auf dem unden kriegen wir so nicht weg Dann versuchen wir erstmal die Beweise so abzugeben Ja, mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt Karten bringt meine Beweise vor Alle fünf Beweistüge zu überprüfen wäre verlorene Zeit Also dann wähde eins aus, dass du präsentieren willst Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen Was nach all unseren Bemühungen Du besprichst, dann verlierst du auch den Kopf Währe nun einer Schachtel Das ist verrückt Er greift sie Ähm, joa Beschütze den Turm Das ist ein Turm vor den Karten beschützen Das ist ein Turm vor den Karten beschützen Das ist ein Turm vor der Limit Das ist ein Turm von Schachtel Das ist ein Turm auf dem Span autor Es ist ein Turm Ja, Trafik Das ist ein Turm vor den Karten Ja, vielleicht nicht mehr Das ist ein Turm vor Es geht um so ich habe sagen können wir nichts mehr machen keiner mehr drin mir hat es während des kampfs entführt ihr trottel findet den wahren schuldigen egal wie zeit euch ohne angeklagt gibt es kein prozess findet alles um bringt sie hierher wenn wir uns noch mal auf speichern und dann gehen wir wieder hier rein in die welt hast du alles gesehen alles nein schatten ja wo sind die hingegangen hier lang da anlagen ist das so wichtig links rechts oben unten alles durcheinander dank der schatten redet ein in den wald der der zum einsamen garten führt vielleicht findet ihr schatten im kopf über zimmer jetzt werden wir schon dickere dinge am am we Und hier haben wir die Tee-Party, Tee-Party-Garten Untersuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag Ja Wunderzimmer Sie verstecken sich irgendwo. Die Mumenred ausgraben Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an Sieht 10 1 2 2 3 4 Das ist ja. Es ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Scheiße. Wie Donald die ganze Zeit nur tot ist eigentlich. Alter. So, zweites Licht. Hallelichter sind an, gleich seht ihr die Schatten. Die sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch keinen Schnauf. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder von unten in den Raum, auf die andere Seite. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ich glaube, in der nächsten Folge haben wir dann wie in einem Bossfight vor uns. Wenn wir uns jetzt eben mal hier beim Herztribunal auffrischen. Und dann geht es nächste Runde, nächste Folge weiter mit dem Bossfight. Ja, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ein Abo, ein Kommentar. Oder einen Daumen da lassen würdet. Bis dann. Ciao.